Was schreibst du da über mich und über Richard, dem du nicht mal an mir an das Wasser reichen kannst? Und Klaus und Paula, dass ich ohne sie glücklicher wäre? Warum hast du das getan? Weil ich nicht dabei war, als du deine tote Katze abgeholt hast? Du hast meine Familie ruhigiert! Übernimm endlich Verantwortung! Ich habe dir genau das Ding, was du gebraucht hast! Und mich wirst du immer noch verstrickt in dieser Sinn losnehmen! Du glaubst, ich wollte hier mit dir leben? Du brauchst mich! Du brennst mich ins Gefängnis! Ich krieg vielleicht zwei Jahre! Die vergehen wie im Flug! Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne! Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns! Du glaubst, das ist eine Lebensaffäre? Eine Beziehung? Was? Kleine, klebrige Goldstände? Und meine Haare in deinem Tagebuch, hä? Wo hast du denn die Obdier? Mit dem einer Scheißspieler hat mit Zeit aus dem Warnitz? Und dann suchst du doch mal aus! Weißt du nicht, dass man andere Leute Tagebücher nicht liest? Das ist primat! Wir sind keine Kumpels! Wenn es stimmt mit den Leuten, mit denen ich spiele, das heisst, dass ich die auf der Bühne irgendwie brauche, also ein Vertrauen zu denen haben muss, dann macht es mir am meisten Spass, weil dann kann ich irgendwie loslassen und ich bin eh ein eher verkopfter Mensch. Das ist anders als Deutsch und es ist irgendwie heimatlicher als Deutsch, weil es ist irgendwie trotz allem, obwohl das Deutsch jetzt auch viel mit mir zu tun hat oder gefüllt ist, ist das irgendwo so ein Spruch vom Herz. So wie ich jetzt rede, ist eigentlich so, wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020